Musik Ey, Moment mal, stopp, wir haben gesagt, wir sind noch nicht live Siren Head vs. Cartoon Cat Wer wird gewinnen? Wer würde gewinnen? Wer ist gruseliger? Und wer ist dieser verdammt gute YouTuber namens Mark hier auf YouTube? Dem würde ich jetzt abonnieren, der macht so gute Videos Und Gottes Willen ist der gut Schnauze, du Wir gucken uns heute nämlich den Kampf der Giganten an die zwei gruseligsten Figuren im Internet Wer wird gewinnen? Stimmt ab, Mann Wenn's euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da Und falls ihr neu seid, würde ich an eurer Stelle diesen Kanal ganz schnell kostenlos abonnieren Denn jeder, der diesen Kanal nicht abonniert Wird heute Nacht um 3 Uhr nachts von Siren Head oder Cartoon Cat Heimgejagt und verfolgt bis ans Ende Haltet eure Decken bereit Es geht los Siren Head vs. Cartoon Cat Bro, ist das Ist das Oh mein Gott, Bruder Oh mein Gott Er sagt, es war nur eine Frage der Zeit Bis das zweite Wesen Cartoon Cat entdecken wird Und damit ist glaube ich Siren Head gemeint Oh no, die Siren Head-Sirine geht los Haltet die Ohren zu Da kommt der Siren Head Bro, ich glaube Siren Head wird das Ding machen Ich glaube Siren Head Bruder, Siren Head ist einfach der krankeste Typ der Welt Oh mein Gott, Junge Er kommt Seht wie groß er ist Cartoon Cat sieht ein bisschen aus wie so ein Alien Mutiert in die nächste Form Bro, wer wird zum Angriff setzen? Junge Siren Head kommt Und macht die Signaltöne von ihm Oder Siren Head Alter, umgezingelt Was? Da kommt noch ein Siren Head Was? Ist das sein Sohn? Ist das Baby Siren Head? Oh mein Gott Cartoon Cat kommt gar nicht klar mit den Sounds Kommen Bro, ist das jetzt ein Siren Head oder zwei? Ich versteh's nicht Es sind zwei Hört mich hin, Alter Ansonsten kommt er auf uns Nicht hinhören, was Siren Head sagt Ganz, ganz wichtig Das Gehör Schlimmste Siren Head nur Mit seinen Scheiben Alles Bro Wieso gibt's zwei? Jetzt kommt Cartoon Cat Siren Head legt los Lohnt auf ihn zu Baby Siren Head auch beide auf Cartoon Cat Cartoon Cat hat Moveback Oh mein Gott In Siren Hads Gesicht Siren Head Nummer zwei Alter, Cartoon Cat Futsch Finito Ist vorbei Alter, Siren Head dominiert überkrankt Seid ehrlich Junge Boom, Alter Cartoon Cat hat irgendwie Siren Head Weggetreten What the heck Siren Head Boots Ich weiß nicht, welcher Baby Siren Head Und welcher richtiger Siren Head ist Cartoon Cat versucht irgendwie Mit seinen Krallen Mit seinen Sprüngen Mit seinem schnellen Movement Daranzukommen, aber Bro, Siren Head ist viel zu mächtig für dich Guck mal, wie riesig der ist Jo, beide Springer aufeinander Jo, was? Siren Head an einen kassiert Er macht wieder die Lautsprecher an Tut Cartoon Cat komplett Aknotisieren Oh 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 mein Gott Cartoon Cat mit seiner Sonderfähigkeit Oder was? Aus dem Boden raus Er hat Siren Head Hat der Baby Siren Head Oder ich glaube Baby Siren Head What the heck Bruder, ich werde in der Nacht nicht schlafen können Was geht da ab? Was? Und alles in der Welt Woher hat Cartoon Cat diese ganzen Fähigkeiten? Cartoon Cat Bro, das kann Das kann wahr sein Siren Head Beine weg Anderer Siren Head liegt fest Als ob Siren Head verliert Einmal Niemals 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 Bruder, Cartoon Cat Hat ich immer noch unter Kontrolle Das war's Bro, das war's Siren Head Nummer 1 tot Siren Head Nummer 1 weg Jetzt lebt noch Siren Head Nummer 2 Oder was um alles in der Welt macht Cartoon Cat gerade Was um alles in der Welt macht Cartoon Cat Verschmilzt Cartoon Cat mit Siren Head? Bitte sag mir, dass es nicht war Bitte sag mir, dass es nicht war Oh mein Gott Cartoon Cat nimmt langsam seine finale Form an Umso mehr Gegner er besiegt Umso Oh mein Gott Wo sind denn die zwei jetzt? Wie, wie, es geht weiter Zweiter Teil Bruder, wo kommt, Alter Jetzt können wir mal ganz kurz Warte, wir müssen jetzt mal ganz kurz runterkommen Setz euch hin Ich weiß, ihr habt Angst Jetzt schnauze deinen Marcel, setz dich hin Wusstet ihr, dass Cartoon Cat solche Fähigkeiten hat? Ich mein, Bro Woher hat der das alles gelernt? Wie kann der das? Siren Head ist einfach futsch Cartoon Cat hat gewonnen Ich hätte all mein Geld Hätte ich auf Siren Head gesetzt Oder ich bin im Siren Head Fan Club Offiziell Merchandise Alter, ich hab alles Aber es geht weiter Okay, wir sehen jetzt anscheinend noch Die Ursprünge Von Cartoon Cat Und jetzt werden wir rausfinden Wieso Cartoon Cat Diese ganzen Fähigkeiten hat Oder wo der herkommt Und wir sind wieder in Ashmore Das ist die Stadt Wo Siren Head auch quasi herkommt In diesen ganzen Animationen Wir haben ja schon Siren Head Der Film angeschaut Ist auch aus dieser Stadt gekommen Wir haben verschiedene Leute Die in einer Mine sind Und sie sehen Jo, da stimmt irgendwas nicht Oh Bro, ich ahne Böses Ich ahne Cartoon Cat Ich ahne Cartoon Cat hier Irgendwelche alten Hieroglyphen Verfluchten Hexendinger Guck mal Irgendwas Böses Ich glaube, da kommt Ding her Irgendein Altar Wo was verflucht wurde Wo ein Dämon hervorgerufen wurde Was weiß ich Ich glaube, da kommt Cartoon Cat her Ey Ladies and Gentlemen Wenn ihr neu seid Lasst ein Abo da Sonst verfolgt ihr euch Heute Nacht Und für dieses Video Kann man ein Abo da lassen Also Yallah Let's go Baby Schaffen wir auf dem Video 10.000 Likes Wir gucken weiter Cartoon Cat Kapitel 1 Okay Bro Jetzt sehen wir also quasi Vor dem Kampf Wo Cartoon Cat überhaupt herkommt Wir sehen schon Der erste ist tot Oh Manfred Nicht Manfred Das hat ihn erwischt Manfred Ich hab exakt Such den anderen Job Dead Friseur Das hätte dir viel besser klingen What the heck Der hat sogar Der hat Cartoon Cat für mich gewesen Bro, stop it Ist das Cartoon Cat jetzt? Es macht genau das gleiche wie vorhin Das war quasi die erste Version Und umso mehr er killt Umso eine bessere Version wird er Oder wie? Schau mal Das ist diese schleimige Alien-Version noch Da ist Cartoon Cat, Bruder What the heck Bro, ich kack mich ein Bruder Absolut groß Mach ich gerade in die Hose Live Oh mein Gott Junge Oh Mensch Georg Ich hab das auch gesagt Bleib zu Hause Mann Georg Hätts nur blau gemacht Heute neue Fortnite Season Hätts spielen können Fortnite Aber nein Georg Nein Der muss in die Mine Oh Oder Georg Cartoon Cat läuft rum Und sucht irgendwie Ich glaub er merkt Er merkt Da ist jemand in der Umgebung Oh oh Georg Oh oh Georg Und jetzt ist vorbei Hat er immer noch nicht gesehen? Cartoon Cat hat Georg Immer noch nicht gesehen Georg ist immer noch sicher Wie macht er das? Wie macht er das? Georg Bro What the heck Alter Könntet ihr ruhig stehen bleiben Und euch verstecken Wenn ihr wüsstet Das ist hinter euch Ich werde absolut laut Ich würde rumschreien Ich würde Panik Ich würde zittern Ich würde so laut schnaufen Man müsste mich überall hören Bro Er sieht ihn nicht Krass Georg Versteckenskünstler Georg 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 Bro Cartoon Cat Diese Sounds Boah Oh oh Ich glaub er spürt was Oh oh Er glaub Okay Georg 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 Wir haben ein Problem Georg Georg Wir haben ein Problem Georg ist weg Meister des Versteckens Georg WTF Was macht denn Georg? Bruder Ehrenbruder Georg Georg weiß was er macht Oh oh Die Musik gefällt mir gar nicht Oh oh Die Musik gefällt mir gar nicht Georg Wenn er halt entdeckt wird Ist es vorbei Oh Bro Er hat ihn entdeckt Oh mein Gott Oh mein Gott Ist es vorbei Georg Es ist vorbei Georg Georg Wer bist du jetzt? Marcel Schleich dich Marcel auf Oh Gott Marcel Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Hat dank Marcel jetzt Georg überlebt Georg 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 Oh Ne Doch Doch Georg hat er Georg hat überlebt Dank Marcel Ja Jalla Und weg mit dir Oh Okay Gut Dann wollen wir jetzt ganz kurz Eine Gedenksekunde an Marcel machen Marcel geht es gar nicht gut Marcel Rest in Peace Marcel Aber das war Cartoon Cat vs. Siren Head Cartoon Cat Die Entstehung Merde sich gefeiert Lasst einen Daumen da oben Wenn ihr mehr davon sehen wollt Weitere Teile Wie es weitergeht Was noch passiert Lasst einen Like Bei 6666 Likes Schauen wir den nächsten Teil an Ihr kennt die Regeln Alter Danke fürs Zuschauen Lasst ein Abo Oder lasst ein Like Dann klickt hier aufs letzte Video Bis dann haut rein Tschüss